ARD Text im Auftrag von Funk Und jetzt kannst du sie dir anziehen. Ich guck mal, ob man das auch sieht. Ja, ich seh's. So, und jetzt haben wir keine Aufgaben mehr. Was denkst du, wollen wir hier mal ein paar Benelplatten finden? Das sind doch keine mehr, aber wir müssen zum nächsten Menschen. Guck mal, da hinten sind orangene Köpfe. Also gehen wir jetzt dahinter, komm mit. Wo denn? Über den Berg drüber müssen wir, glaube ich. Über den Berg? Wo bist denn du? Hier auf dem Berg oben. Guck mal hier, dreh dich mal zu mir um. Guck mal, hier hinten ist doch noch jemand. Guck mal. Janine. Janine, hallo mein Kindchen. Das ist unsere kleine Baumwollfarm. Ach, die hat Baumwolle hier ohne Ende. Guck mal hier, die hat hier ohne Ende Baumwolle. Hier hätten wir die ganze Baumwolle hernehmen können. Du, weißt du was, das machen wir jetzt auch. Wollen wir noch ein bisschen Baumwolle nehmen? Guck mal, da fliegt was. Ich nehme noch ein bisschen Baumwolle. Warte, pass auf. Was meinst du, du sollst die Papagei da abschießen? Ne, Papagei? Doch, mach Papagei ruhig platt. Ist das ein gegnerischer Papagei? Ist das ein gegnerischer Papagei? Nicht, dass die gleich uns angreifen hier. Doch, das ist ein Gegner. Janine, ich nehme mal noch ein bisschen Wolle hier. Und dann baue ich uns nochmal Rüstung, okay? Hier? Hier neben dem Gefl. Baumwolle setzt legen? Hey Papi, hilf mir mal den Papagei. Der Papagei ist böse. Wo ist der denn? Der ist da oben am Dach. Wie, da oben am Dach? Da hast du noch schon... Da. Zielen! Du musst auf den drauf gucken und dann auf A drücken. Das probiere ich doch. Na, mach es nochmal. Hier. Du musst erst einen Bogen auswählen. Bim, 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 bim. So ist gut. Bim, 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 bim. So, hast du gut gemacht. Hast ihn besiegt. Opa, ich habe Geld. Ich glaube, ich habe Geld bekommen. Ein Ei, ich habe ein Ei bekommen. Super. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Einen Smaragd hast du auch bekommen. Warte mal. Ich habe hier... Warte mal, was ist das? Ist das Baumwollsetzling? Ja. Ich habe 15 mal Baumwollsetzling. Oh Gott. Warte, ich habe 15 mal Baumwollsetzling und ich will nur mal der Tante hier neue Baumwolle wieder anpflanzen, nachdem ich ja so viel kaputt gemacht habe. Oh, die hat ja schon ein bisschen was. Das ist ja wie Minecraft. Oh Gott. Hätten wir einfach von der Tatze hier was nehmen können. Soll ich meinen Baum hier kaputt spenden? Na ja, weiß ich nicht. Braucht man das? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall habe ich hier zwei Setzlinge. Oh, die Steuerung ist der Hammer. Muss ja mal zugeben, ey. Ich habe jetzt zwei Setzlinge am Berg. Zwei Setzlinge am Berg? Mhm. Hopp. Wieso kann man nicht auf den Baum... Das geht... Hey, Papi! Ja, was denn? Schau dir das mal an. Guck mal hier neben dem Baum, wo wir hier rausgekommen sind. Ich kann auf den Baum. Du bist auf dem Baum oben, oder wie? Ich bin auf dem Baum. Ich bin im Baum drin. So, warte. Ich habe erstmal das Eis abgesetzt. Wo bist du denn? Hier neben dem Baum. Komm mal hier her auf dem Punkt, wo wir angefallen sind. Achso, da. Guck mal, ich bin im Baum drin. Wie bist du denn jetzt da hochgekommen? Nein, ich bin hier irgendwie da hochgesprungen. Von irgendeiner Treppe bin ich da hoch. Die Steuerung ist noch nicht ganz so deutlich hier. Aber das kriegt man mit dem Controller auf jeden Fall besser hin. So. Ich zeig dir mal, wie ich da hochgekommen bin. Dann zeig doch mal, wie bist du denn da hochgekommen? So, ich muss jetzt erstmal wieder... Wieder hinkriegen, ne? Dahin und dann... Dahin und wenn schon hier auf der Hochruf, dann zeig dir wie. Dann zeig doch mal wie. Und... Bäm. Gut. So. Guck mal, ich habe... Ich habe 14 mal Wolle. Ich gehe mir mal noch ein bisschen Rüstung machen und dann gebe ich dir den Rest... Aber wir müssen nicht auch hier mal mit dem Baum rein? Wir könnten von hier oben schießen auf Gegner. Könnten wir. Aber ich will nur erstmal ein bisschen Baumwolle machen. Oh. Okay. Das ist drei. Ach, die musste alles einzeln machen. So, ich will vier runter. Vier habe ich. Vier glaube ich, oder? Veredeltes Holz. Ey, weg mit dir schön. Zack, den nehmen wir auch mal mit. Den habe ich dummerweise gemacht. Vier. Eine Mütze setze ich mir jetzt gleich mal auf. Bäm, 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 bäm. Mütze. Ich habe Holz bekommen wieder von ein Schuhl. Handschuhe. Brrrr. Grobe haben wir. Aha, und eine Hose. So, was auch. Das habe ich für mich einmal komplett Rüstung gemacht. Muss ich nur hier. So muss ich das machen. Zack. Papi, gucke mal. Ich stehe auf dem Dach. Gucke mal. Warte, ich komme gleich. Jetzt kannst du dich erstmal. Guck dir mal an, wie ich aussehe. Papi, gucke mal. Ja, ich komme. Ach so. Da. Gucke mal. Ja, und guck mal, wie ich aussehe. Ich habe sogar Licht. Papi, komm mal bitte aufs Dach. Guck mal, wie ich aussehe. Du hast doch gar nicht gesehen, wie ich aussehe. Du musst mich jetzt mal ganz toll finden. Weil ich hier toll aussehe. Ja, warte mal. Man juckt sich am Ohr. Ja, ich gucke mal. Ich muss selber gucken, wie ich aussehe. Woll. Sieht aus wie eine Hexe. Wie eine Hexe. So, ich habe noch zweimal. Warte, pass auf. Ich habe noch zweimal Wolle. Ich will mal gucken, ob ich für dich auch noch Rüstung hinkriegen. Die hat er aber hier nicht mehr. Müssen wir erstmal ein bisschen warten. Dann pass auf, dann gehen wir mal weiter. zum nächsten orangenen Figürchen. Siehst du das nächste orangenen Figürchen irgendwo? Ähm, nee. Guck hier hinten, hinterm Berg. Du musst mir jetzt folgen. Siehst du drei orangenen Köpfe hier, oder nicht? Ja, nee. Von hier hin. Ich bin wieder am Anfang. Na, dann komm mit. Jetzt gehen wir mal über den Berg drüber, zu den nächsten orangenen Köpfen. Wenn wir unterwegs irgendwo Wolle finden. Ich habe ja hier neue eingepflanzt. Oh, da hinten ist ein Schleim. Willst du den Schleim mal platt machen? Ein Schleim? Ja, ja. Da hinten ist noch ein Schleim. Hey! Lass das! Machst du jetzt Faustkampf, oder was? Nee. Au. Wir haben zusammengekämpft. Guck mal, schieß mal da oben noch so einen Typen ab. Wo denn? Da oben auf dem Berg. Warte mal. Treffe ich den von hier? Habe ich ihn getroffen? Hä? Nee, habe ich nicht. Gut, dann gehen wir mal in die Richtung. Komm mit. Was ist denn das hier? Was? Das macht mir Angst. Ah, da sind auch zwei Schleimis. Na los, komm. Die brauchen wir beide Pärtsch. Ach, der scrollt automatisch raus. Hey! Da ist eine Puppe zum Schießen. Aber guck mal, schieß mal die Puppe ab. Die kriegt keinen Scham. Du guck mal, ich habe vier Herzen mittlerweile. Wie viele Herzen hast denn du? Ich hatte doch vorhin drei Herzen. Ah, man kriegt hier Erfahrungspunkte. Ey Papi, hilf mir mal hier die Puppe abzuschießen. Die schaffst du doch nicht alleine. Dafür hast du schön den Schleim angegriffen. Top. Du musst den Schleimang greifen. Komm mal, komm mal zu mir, hier ist ein Herz. Aber geht nicht. Komm mal zu mir das Herz holen. Aber das geht nicht. Ich muss die Puppe angreifen. Dann drück mal oben auf das Kreuz. Okay, jetzt komm her, komm her zu mir. Hol dir mal das Herz hier. Wie viel Herz hast du? Drei hast du? Drei. Jetzt hast du auch vier, stimmt's? Nö, ich habe immer noch drei. Immer noch drei. Gut. Ich habe dreieinhalb. Dreieinhalb? Ja. Achso, zweieinhalb ist das. So. Und jetzt müssen wir weitergehen. Also die Puppe lassen wir erstmal in Ruhe. Guck mal, hier sind die orangenen Figuren. Hier ist Baumwolle. Nimm mal Baumwolle mit. Pass auf. Baumwolle? Ah, die Baumwolle ist hier der Busch. Die haben wir auf der Erde abgeschossen. Ach, ging mir genau so. So, nimm mit die Wolle, genau. Okay, ich habe zwei. Okay. Wollen wir hier noch mehr ab? Nicht gleich, wenn noch welche. Da ist noch mehr. Guck, hier ist noch mehr Wolle. Bei mir hier auf dem Meer ist auch noch Wolle. Okay, dann nimm mit der Wolle mit. Da kann man dir nämlich gleich eine erste Rüstung bauen aus Baumwolle. Das ist ja ein super Spiel hier. Das ist ja, da hängt man sich ja ewig auf. Bäm, bäm, bäm. Wir haben natürlich jetzt eine kleine Welt genommen bloß als Weltengröße. Ich habe jetzt fünf Baumwolle. Fünf? Und ich habe auch ein bisschen was? Dann machen wir dir gleich so eine Jägerrüstung draus. Ja, ich guck mal, ob ich noch mehr Bauwolle bin. Aber ich muss das irgendwie hinkriegen, dass ich mit dem Controller spielen kann. Ja, Papi, hier sind zwei Orangene. Menschen? Ja, hier sind zwei Orangene Menschen. Genau, ich sehe da unten einen roten Schleim auch. Und grün und so. Wo bist du jetzt? Ach, ich sehe die. Da. Ach, da oben ist aber, guck mal, wir gehen mal hier ins Haus rein. Hier ist auf jeden Fall auch jemand. Hey, guck mal, hinter dir ist Bauwolle. Ja, ich habe schon 17 Mal. Wir gehen nachher zur Werkbank und machen das noch ganz. Pass auf, Cyril hat eine Frage. Oh nein, oh nein, oh nein, sagt er. Oh, du bist ein Portalritter. Kannst du mir helfen? Da ist ein Monster im Keller des Turms und ich traue mich nicht mehr da runter. Kannst du runtergehen und meinen Schatz retten? Du kannst ihn auch behalten. Lieber du als das Monster. So, pass auf, wir müssen in den Keller runtergehen und den Monster besiegen. Okay, das geht. Vielen Dank, der Keller ist mein Lieblingsplatz zum Spielen. Ich tue immer so, als wäre ich ein Portalritter. Genauso wie du. Ich rette meinen Schatz. Ne, bitte rette meinen Schatz vor dem Monster. Er ist in dem Raum hinter dem Monster. Wenn du ihn hast, ist es wahrscheinlich am besten, deine Karte zu verwenden, um dich zurück zum Landeplatz zu teleportieren. Aha. Hä? Bist du schon ganz unten? Ne, du? Ich geh jetzt grad runter. Wo bist denn du? Ich bin schon unten. Du bist schon unten? Wie bist du jetzt schon die Treppe runter? Hä? Aha. Man kann natürlich auch runter stürzen. Hä? So. Jetzt müssen wir hier in die Tür, glaube ich, rein, oder? Mhm. Ist das das Monster? Ja, ist es, oder? Na los, komm. Hallo. Ich hab's nicht getroffen. Du hast's getroffen. Kriegen wir den hin? Schaffen wir den? Du hast einen Haufen Pfeile in den reingeschossen. So, pass auf, jetzt ist eine Kiste hier irgendwo. Die musst du kaputt machen. Hä? Wo ist die hier? Da hinten. Vielleicht hier drinnen? Da ist eine Kiste. Los, mach sie kaputt. Los, komm. Ich versuche es. Ich passe auf, dass hier nichts passiert. Hier steht irgendwas drauf, was ich nicht lesen kann. Kann das nicht? Muss ich vielleicht? Drück doch mal auf die rote Hand, wenn du davor stehst. Hä? Oh Gott. Ich bin reich. Wieso? Was hast du denn gefunden? Gucke mal. Einen Schatz hast du gefunden. Einen roten Diamanten. So, jetzt öffne die Karte durch drücken auf die Karte. Warte, durch drücken auf den Rucksack. Drück mal auf die drei Punkte, Julia. Ja? Und da oben ist jetzt die Karte, wo ein Stern blinkt. Siehst du das? Ah, ja. Da gehen wir jetzt mal drauf. Und dann müssen wir jetzt unten rechts auf den Stern drücken. Siehst du das? Unten rechts blinkt ein Stern. Unten rechts? Ja, ganz unten rechts. Hier? Ja. Ah, jetzt sind wir hier wieder am Anfang. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Nämlich genau da, wo wir gleich mal schnell eine Rüstung bauen können. Pass auf. Kommen wir jetzt ins Haus rein, wo die Werkbank ist. Ja, warte mal Papi. Auf der Karte, guck mal, hier ist doch so ein Monsterschlüssel. Ja, den gucken wir uns gleich mal an. Ähm, pass mal auf, ich schmeiß dir jetzt mal Wolle hin, ne? Okay. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Wolle anklicken. Und ich schmeiß die jetzt mal hier runter. So. Siehst du die? Die liegt jetzt vor dir? Ja, ich hab sie eingesammelt. So, und jetzt gehst du hier rein und machst dir eine richtig coole Rüstung. Du hast... Okay, versuch mal. Nein. Ich brauche nur einen Zauberstab bald. Bäh. Das heißt, du drückst das da drauf auf die Werkbank? Auf die Werkbank? Nicht auf die Karte. Jetzt... Mach mal zu alles da. Mach mal zu, Kreuze. Jetzt drückst du, gehst du an die Werkbank da ran und drückst auf die Hand. Genau. So, und jetzt gehst du da oben links aufs Zweite von links. Da musst du erstmal Stoffe herstellen. Ne, das ist ja Rüstung gewesen. Warte, ich helfe dir. Ist wie Minecraft, nur ein bisschen... Warte, da musst du hingehen. Da. Jetzt machst du aus der Baumwolle Stoffe. Da unten rechts herstellen. Ah. Entschuldigung. Herstellen, herstellen, herstellen. Ganz viele. Hast du? Warte, dauert noch ein bisschen. Gucke, hier siehst du das. Jetzt kannst du draufdrücken. Jetzt hast du die. Nochmal draufdrücken. Geh nochmal da hin, warte. Ähm. Aber ich sehe gerade, da kann man Attribute vergeben. Machen wir gleich. Achso, hier war es. Da ist das Handwerk. Hier, und jetzt musst du hier alle... Achso, ist fertig, ne? Ja, ist fertig. Und jetzt müsstest du hier auf Rüstung gehen. So, und jetzt kannst du... Ne, magier bist du ja nicht. Speer. Du bist ja Speer, ne? Das heißt, jetzt kannst du das herstellen. Das ist deine Mütze. Das sind deine Handschuhe. Okay. So, wenn die fertig sind, kannst du die auch rausnehmen. Den Kittel hast du schon, da unten ist die Hose. Herstellen und rausnehmen. Und dann kannst du da oben auf deinen... Rausnehmen und dann kannst du deinen Kopf jetzt hier draufdrücken. Jetzt müsstest du die reintunisch anziehen können. Die hast du schon? Die habe ich schon. So, und da müsstest du jetzt die Schuhe auswählen. Ja. Und oben drüber? Und drüber wo? Handschuhe. Und da oben drüber eine Mütze. Bäm. Ja. Und schon hast du eine Rüstung an. Sieht doch cool aus. So, und jetzt müssen wir zu dem Jungen zurück. So, dann wollen wir mal hier ums Haus rumlaufen. So, die hat ja schon... Die hat ja eine schöne Pflanze vor sich. Die nehmen wir auch mal mit, würde ich sagen. So Papi, und jetzt wollen wir mal so Monsterschlüssel? Ich habe mal zwei Bären mitgenommen. Warte mal, ich will mal schnell... Ja, Monsterschlüssel, das schaffen wir doch noch gar nicht. Ich will mal schnell reingucken. Wenn ich hier draufgehe, habe ich doch hier irgendwo... Aha. Stufe 1. Attributpunkt 0. Hier sehen wir, wie die Figur ausge... Ach, das kann man alles noch freischalten. Junke, Junke. So, wo bist du denn jetzt hingelaufen? Ich stehe hier. Okay, jetzt gehen wir wieder zurück zu dem Jungen hinter. Dann müssen wir dem ja sagen, dass wir das Monster im Keller besiegt haben. Vielleicht kannst du ihm mal seinen roten Kristall wiedergeben. Komm mit. Okay. Folgst du mir bereits unauffällig? Ja, aber sehr langsam. Ja, ich bin auch nicht sehr schnell. So, da oben auf dem Haus ist der nächste rote. Ey, wie ziehe ich denn aus, ey? Weißes Gesicht. Wieso habe ich denn das Gesicht so weiß... Hast du auch ein weises Gesicht? Nö, du schießt niemanden ab. Warte mal. Da unten ist das eine graue Figur. Achso, das heißt, jetzt können wir auch gar nicht mal zu dem hingehen, oder? Sag mal, ach, das ist ja die Puppe. Das ist die Puppe. Ja, das ist die Puppe, wo du gerade bist. Können wir dem jetzt sagen, dass wir... Hi. Ich glaube, wenn du das tun kannst, dann ist das auch... Dass Monster zurückkommt, werde ich vertrauen und vertreiben. Okay. Also der ist... Haben wir gemacht bei dem, sind wir fertig. Okay. Gehen wir weiter hoch. Äh, ich bin runtergefallen. Ach, da ist aber eine Treppe. Gut. Wie macht man denn das hier mit dir wegwerfen? Ne, brauchst du nicht wegwerfen. Lass es in der Hand. Ich mach mal hier die Treppe hier unten ein bisschen schick, oder? Ach, also wir dürfen hier behalten, den Kristall. Ja, ich denke schon. Kann man hier auch schleichen, damit man nicht runterfällt irgendwo von der Klippe? Das wäre natürlich ein schönes Ding, ne? Ich gucke... Mit den Lüften. Was jetzt? Hast du hier gerade vor mir was hingesetzt? Wieso? Oder kam das einfach so? Ich hab das fast gesehen. Ich hab das fast gesehen. Das bist ins Loch reingefallen. Das habe ich extra gerade zugebeult, das Loch. Ach, das ist ja... Ach, das ist ja... Okay, steuerungstechnisch ist das natürlich eine Katastrophe hier. Wollen wir ja mal so sagen, ne? Ey, Papagei! Ey, Papagei! Okay, mach ihn platt. Na los. Bogen. Okay, das ist natürlich... Verleben. Naja, es ist nicht ganz so genial mit der Steuerung gelöst, wie ich finde. Zack, 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 zack. Wer kämpft denn hier neben mir? Hier wackelt doch die ganze Welt. Das war ich. Ich hab gegen... Ich hab einen Papagei platt. Wenn du Hunger hast, kannst du hier diese Bären essen, glaube ich. Mhm. Und da haben wir auch gleich einen Setzling wieder gewonnen. Aber vorher sieht man natürlich, dass man Hunger hat an den blauen Ballen, glaube ich. Jetzt hab ich auch vier Herzen mittlerweile. Setzlinge? Okay, was man offen... Setz dich mal... Ich mach mal einen Baumweiß-Setzlinge. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Also wie macht man denn das jetzt, das mit dem Wegwerfen? Du brauchst ihn noch nicht wegwerfen. Ich sag dir das nachher. Nicht, dass jetzt hier... Ich hab auch sechs Länge. Soll ich lieber hinsetzen? Hast du auch welche? Mach ruhig. Okay, zwei, eins... Zwei... Hier, Tom, warum? Guck mal, was ich mache. Wer? Guck mal, guck mal auf mich. Hier, guck mal hier. Hast du gesehen, was ich gemacht habe? Guck mal, ich stehe auf Busch. Hast du das gesehen? Oh Gott, ja. Kannst du auch mal, wenn du oben auf den gelben Zweite drückst. Guck mal, was ich jetzt mache. Ich mach jetzt mal kurz eine Aufnahmepause. Ich hab geklatscht. Und dann mach ich gleich wieder los. Mit was? Nicht, dass das hier zu lang wird, das Video. Ach, mein Akku ist auch gleich leer. Das ist ja der Hammer. Nein, mach mal. 2 3 3 3 4 4 5 6 5